Bekannt aus Goodfellas, Schauspielerin Susanne Shepard gestorben Los Angeles, mit dem Mafia-Drama Goodfellas und der TV-Serie Die Sopranos wurde sie bekannt. Nun ist US-Schauspielerin Susanne Shepard im Alter von 89 Jahren verstorben. Wie die Enkelin der US-Amerikanerin gegenüber der Sun bestätigte, schlief Shepard friedlich in ihrem Zuhause ein. Eine genaue Todesursache wurde jedoch nicht genannt. Die 1934 geborene Schauspielerin sammelte in New York erste Erfahrungen im Theater und bei Filmproduktionen. Zudem arbeitete sie als Regisseurin. Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre wurde Shepard mit Filmen wie Goodfellas, Die Waffen der Frauen und Jacob's Ladder einem größeren Publikum bekannt. In Die Sopranos kam sie auf 20 Folgen. Auch in den Filmen allein mit Onkel Buck, Pizza, Pizza und Lolita war die Schauspielerin zu sehen. Shepard verkörperte häufig Mafia-Matriarchinnen und galt auch als gute Besetzung für starke Mütter- und Tantenrollen. Schauspieler Tom Tritone äußerte auf Facebook seine Trauer- und Anteilnahme. Sopranos Kollege Ray Abruzzo würdigte Shepard auf Instagram, indem er sie als eine Naturgewalt bezeichnete. Musik 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 artwork